Vielleicht hab ich ja ein zweier Team-Takeout, oder? Was meinst du, bekomm ich die? You're a clone NEIN!!! WAS?! Hey Leute und damit willkommen zu einer arroganten Runde Hive SG, dabei ist hier der Tabalook. Hallöchen. Also ich bin auf jeden Fall stolz, dass ich diesen Schritt gewagt habe, auf diesen minderwertigen Server zu joinen und mal eine Runde anzuzocken mit euch, mit dem Tabalook und mit dieser tollen Sprühsahne, die ich jetzt verspeisen möchte. Ja, ich renne am besten einfach weg. Äh, wohin? Ich weiß nicht wo. Ähm, zu diesem Fluss, da, ich weiß nicht, ob ich den Fluss gehe. Okay. Nein, 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 nein! Fuck, halt! Also ich bin auf jeden Fall stolz, dass ich diesen Schritt gewagt habe, auf diesen minderwertigen Server zu joinen und mal eine Runde anzuzocken mit euch, mit dem Tabalook. Ja, ich renne am besten einfach weg. Äh, wohin? Ich weiß nicht wo. Ähm, zu diesem Fluss, da, ich weiß nicht wo das ist. Was ist das? Nein, 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 nein! Fuck! Halt! Really, nigga? Und hier sind wir in der zweiten Runde. HiFSG und, ähm, vielleicht haben es die Leute schon bemerkt. Ich habe die Nacht durchgemacht und fühle mich jetzt wie ein dreckiger Wurensohn. Ich hoffe, das passt so. Ich versuche gerade so ein bisschen munter zu wirken, aber es geht einfach nicht. Als ich zum ersten Mal Facecam Videos gemacht habe, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da haben mir Leute in den Kommentaren geschrieben, dass ich aussehe wie eine Missgeburt. Und wir gehen jetzt sofort in die Mitte, wie es so ein Hive-Pvp eigentlich so tut und stauben schön das Equipment ab. Okay, wir haben... Tot? Nice. Aber egal. Ah, ein Double Team. Ich werde ihn mit dem Team, ich werde ihn abstauben. Panickel. Wie funkt hat er gedroppt? Fünf Points! What the fuck, Mama? Ich habe fünf Points gewonnen! Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wegen Ghosting. Oh mein Gott, nein, 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 der schießt mich ab, der Bastard. Verpiss dich, ich bin schon low genug. Wie zum Teufel hat er es geschafft? Tabalook, was halten Sie von der Finanzkrise in Griechenland? Halt deine Fresse, du dämlicher Hurensohn. Vielleicht habe ich ja ein Zweierteam-Takeout, oder? Was meinst du, bekomme ich die? Ja, klar. Nein! Was? Der kleine Schluck hat nur 53 Points von sich abgegeben. Nicole, du fette Cracknutte, was soll die Scheiße?